Die hier gegeneinander antreten und wir sehen Robin gegen Zephyroth, Oberkörperfreiheit, oder wie es ist. Klar. Bisschen Frenzer, das muss auch sein. Ja, also hat sich Sakurai auch gedacht, also hier der Macher von Smash. Hat auch bei Shulk einfach so einen oberkörperfreien Shulk. Hat er nicht dann sogar eine Badehose? Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist Canon, also es gibt es in dem Spiel, deswegen haben wir es gemacht, aber alle noch. Also ich brauch's nicht, aber hey. Vielleicht freut sich der ein oder andere darüber. So. Aber wir sehen, ja, an der Edge läuft es auf jeden Fall deutlich besser hier gegen Justin für Splash Mage. Der macht das aber gerade sehr gut hier. Wow, up and to back, er ist schön mit der Range von Zephyroth gespielt. Er schafft es hier den ersten Kill zu bekommen. Und ich sag dir, also Zephyroth wird so früh sterben in diesem Set. Also wenn er nicht richtig gut spielt, dann wird er richtig früh sterben. Warum genau? Weil, naja, einfach weil Robin übertrieben früh killen kann. Sehr, sehr stark. Und, ähm, Zephyroth ist so leicht wie was. Kirby, Pikachu. Also es ist super leicht. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Bei Mewtwo haben die sich, der ist ja auch sehr leicht. Obwohl er im Pokédex als, ich weiß nicht, 100 Kilo oder irgendwie sowas angegeben wird. Da haben die sich auch gedacht, ja, er floatet ja so überm Boden und deswegen ist er leicht. Aber ja, es wäre sonst wahrscheinlich unbalanced und bisschen leicht gemacht. Why not? Aber so leicht? Ja, jedenfalls, äh, macht, macht Justin das hier sehr gut mit den Pokés. Ja. Der Pokédex sehr gut, ähm, seine Berndung ist ziemlich gut. Oh, wie Beck er hätte gebraucht gerade. Auch wenn sie nicht getroffen hätte, sie hätte so viel, äh, Schildschaden einfach gemacht. Und wieder von diesem Game wird Fünfter. Oh, schön. Und hat hier wieder die Lead. Justin ist gerade, also schon mal garantiert Fünfter und nicht Siebter. Der Curse ist also gebrochen wirklich. Wir sehen Progress. Aber kann er hier vielleicht sogar den vierten Platz machen? Das ist nicht klar. Kann er vielleicht sogar den dritten, kann er vielleicht sogar erster werden? Er hat eben schon ein, oh ja, Superflugelkill. Ähm, er hat eben schon ein sehr knappes Set gegen SDN gehabt. Ich würde sogar sagen, dass er die besten Chancen im Turnier hat, gegen SDN zu gewinnen. Ähm, wir haben noch zwei, die wir noch nicht gegen SDN gesehen haben. Und zwar Baisel und Bimotov. Auch bei denen bin ich mir nicht sicher, wie die gegen den, ähm, Wolf von SDN abschneiden werden. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass die auch eine Chance haben. Ich weiß es aber nicht. Oh. Und Superflugelkill, schon wieder. Ja. Siehst du? Ja, ja, ja. Ja, also, ähm, Justin muss hier komplett die Combo-Attacken evoiden. Also er muss vor allem einfach nicht von der Side-B getroffen werden, weil die bietet halt sehr viel Potenzial für einen Early-Kill. Wir haben es gesehen, der Upsmash trifft normalerweise nicht einfach so. Der muss schon irgendwie mit der Side-B getimed sein. Oder halt, keine Ahnung. Aber, ähm, ja. Das darf nicht passieren. Äh, und das macht, macht er sehr gut. Das macht Splashmit sehr gut mit seinem Char. Ah, jetzt hat er ihm wieder was auch dazu. Oh ja, okay. Klamotten kommen an. Vielleicht ist er dadurch ein bisschen schwerer. Vielleicht auch nicht. Aber eine neue Chance hier für Justin. Und das ist ja teilweise gut gemacht, ne? Ja, nur... Also an der Edge habe ich gesehen. So im Vergleich zu... Wir haben ja eben schon das Set gegen das D.N. gesehen. Im Vergleich an der Edge hat er ziemlich kassiert. Und die Early-Kills, ne? Konnte sich das D.N. auch nicht komplett vorschützen. Aber, ja, so... Er trifft auf jeden Fall mehr mit dem Feuer. Und das ist halt scary. Gerade als Light-Mill. Ja, also... Ich finde, man sieht, dass er so ein bisschen impatient ist. Also, er will einfach raufhauen. Aber er wird halt gepanisch dafür. Wie man sieht, jetzt hier auch schon wieder. Side-Beer und Top-Smash. Und, ähm... Ja, ich würde... Ich würde ihm empfehlen, den Gang runterzuschalten. Oder... Oh ja, vielleicht. Oh, gut getimt hier gerade von Flash Mage. Da war es, vielleicht rauszukommen. Aber bleibt ruhig. Kommt ganz normal hoch. Schildet den F-Smash. Hätte er dafür aber einen Down-Smash gemacht. Wer weiß, was passiert wäre. Dann wäre es vielleicht wieder ein Shield-Break gewesen. Ich glaube, dass das auch... Ähm... ...justin aufgefallen da. Vielleicht sehen wir das nochmal. Oh shit, er hat ihn weggepoket. Kann hier den Ausgleich erzielen. 46%. Sieht nicht nach viel aus. Aber... Das könnte schon Kill-Range sein. Um ehrlich zu sein. Jetzt sowieso. Wenn er jetzt nochmal mit dem Feuer trifft. Er versucht es auch. Dann ist das ein Save-Up-Smash-Kill. Oh oh. Da muss man patient sein, ja. Okay, jetzt eine Chance hier. Okay. Oh, okay. Ich habe es hier... Wie auch immer dieser Attacke heißt. Ähm... Zu schäden. Jetzt aber hier gerade schon mit drei von den kleinen. Je mehr du von den Dingern hast, desto mehr Schaden kassierst du am Ende. Ja. Auch Schildschaden kann das ordentlich bedeuten. Du kannst irgendwie bis zu fünf oder sechs von den Dingern haben. Und dann noch ein bisschen ordentlich Schildschaden. Ja, wir sehen hier wieder die Comeback-Mechanik. Uuuuh. Ja. Comeback-Mechanik bringt ihm nichts. Und wir sind wieder... Oh. Mehr in Teuf... Fair. Und wir sind hier schon wieder ausgeglichen. Ja. Das war wichtig für... Für Justin. Ja. Oh. Gerade mit gute Chance. Ah, der timet das auf jeden Fall nicht. Oh. Schaffst du nicht mit der Back-Gare? Die Back-Gare hätte sitzen müssen eigentlich. Die war eigentlich leicht zu kommen. Okay, jetzt schon wieder. Ah. Ja, so die Short-Hop-Full-Hops ist nicht so ganz gerade. Jetzt in diesem Moment werden sie auch ziemlich wichtig. Weil, ähm... Eine Kombo jetzt von Splash-Makes wäre richtig verteilt. Oh. Ja, also bei SDN hat man gesehen, wenn er was versucht hat, er hat, also an der Edge, dann hat er nicht, ähm, ein bisschen Bankisch gehabt oder Stage-Control aufgegeben. Und bei, ähm, Justin ist es, wie eben, äh, konnte man eben sehen, dass er eben Stage-Control verliert, aber er verliert dieses Game nicht. Und, ähm, das ist das 1 zu 1, Justin holt auf. Ja, also die Pokes von ihm sind auch echt strong, wie ich finde. Ja, die Pokes sorgen auch einfach für Early-Kills. Also Nairn-To-Fair haben wir gerade gesehen, macht er sehr gut. Ähm, würde ich auch sagen, ist ein Problem, das, ähm, Robin hat. Er hatte eigentlich meistens mehr Range als sein Gegner, aber Saffiroth ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. Das ist halt auch so eine Sache, die, äh, durch DLC ziemlich broken geworden ist. Also so, was Range überhaupt heißt, ist echt nochmal neu definiert worden. Nicht nur durch die DLCs, generell durch die Filchars, die neu in Smash dazugekommen sind. Also wir haben einmal, ähm, so die Balmons von Castlevania. Ähm, nee. Ja, hat so eine, so eine Kette und, so eine Peitschen-Kette. Und, äh, hier, äh, Richter, oder? Genau, Richter und Simon. Ja, die zwei, die sind, äh, ungefähr gleich. Und, ja, also die beiden machen das Ganze auf jeden Fall crazy mit Range. Und dann haben wir halt noch den DLC-Char, außer ihm, ja, den DLC-Char, wie heißt die denn überhaupt noch? Ich weiß gar nicht mehr. Nudelarm, Nudelarmfrau. Nennen wir sie jetzt einfach. Okay. Ich weiß gerade echt nicht, wie die heißt, aber kannst du das Spiel Arms? Das ist so Boxen mit so... Ah, ja, 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 ja. Und Frieda. Ja, 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 ja. Ja, und da kommt die, ich weiß wirklich nicht mehr, wie die heißt. Ähm, und die macht das Ganze einfach... zerstört das Game. Es ist ganz, ganz horrend, hier in den Therapien zu spielen. Min Min heißt es. Oh, schöner Parry. Ah, schaffst du nicht mehr, der Pferd zu treffen. Es ist gerade even. Jetzt gerade ist ein wichtiger Moment hier für beide. Oh. Oh, okay, sehr schön. Gute Auswahl hier gerade von Splashmatch, der gemerkt hat, dass er da noch ein bisschen Zeit hat, um aus dieser irgendeine Situation rauszukommen. Aber ich lücke tatsächlich öfter... Ja, sehr schön, mit der Dash Attack. Ich lücke öfter tatsächlich von Justin Inchen, dass er es mal mit der Full Charge B-Attacke auf die Kugel. Oh, schöner Schaden. 340 schon. Ich nehme nämlich die Full Charge B. Das ist einfach ein Terror. Ich will wirklich nicht von der getroffen werden. Äh, getroffen werden. Die macht wirklich viel Schaden, viel Knockback. Und, äh... Welche ist das? Also, das war diese Explosion am Rand. Okay, jetzt haben wir hier wieder den Wing. Und das ist ziemlich wichtig. Also, einen Jump mehr zu haben, kann sehr viel... Ändern, entgegen diesen Charakter. Einfach, weil so Frame Traps in so einem Kram sind halt voll das Ding für Robin. Gerade mit der Feuerattacke. Das ist natürlich heiß. Und die Feuerattacke. Hm, hoch. Okay, diesmal versucht das... Ah, okay, ich verstehe. Ihr wollt da schnell runter und dann mit der Abi beim Hochkommen wollt ihr ihn kehren. Ja, smart, aber nicht funktioniert. Vielleicht macht es gleich noch Schösschen. Ja, okay, gibt getimed. War schwierig, da rauszukommen. Er hätte air dodgen können, äh, rollen können, aber scary halt. Ist schon scary. Ja, im Moment, äh, gucken die sich nicht so gläht. Das ist der zweite Stock. Moment, ganz gute Lied für, äh, Justin, aber das kann sich natürlich in jedem Moment ändern. Hat hier jetzt gerade ein bisschen Probleme reinzukommen. Also nicht reinzukommen, aber einen Kick zu landen. Einen, den er beräuchte. Gut, ich hab bisher noch nicht wirklich Konter gesehen von Justin. Der könnte eigentlich auch ganz gut sein gegen Rosalte. Oh, Poke. Offstage Poke. Ja, eine Sache, die sich auch noch ändert bei, ähm, bei Saffi Roth, wenn er den, den Flügel hat, wird schneller. Und das ist, macht auf jeden Fall einiges truer und besser. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt hier gerade wieder, ohne, wie du unterlegst, mit einem Stock nur noch. Das Ganze könnte hier sehr knapp werden. Ein wichtiger, wichtiges Game hier. Game Nummer 3. Der Kopfführer. Steigert einfach den Druck auf den Verlierern an diesem Game. Ja. Aber dann nicht mehr von dem Dach. Aber unter Druck werden von Diamanten, also lasst uns mal sehen, wie das hier rausgeht. Oh, der Upsmatch. Okay, reicht noch nicht. Der Flügel ist am Start. Okay, mal gucken, was er aus dieser Edge-Situation machen kann. Kann man, also man kann schon einiges machen eigentlich mit Saffi Roth an der Edge, aber er hat es leider nicht geschafft. Und die Landing-Up-Wert sichert das Flashmatch hier Game Nummer 3. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt erhöht sich der Druck. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob Justin, ja, vielleicht auch, wie du sagst, unter Druck zum Diamanten wird. Ja, eben haben wir gesehen, hat ihn das gegen SDN ziemlich zugesetzt. Also war es so, dass er in den Last-It-Situationen eher dazu geneigt hat, irgendwie eine Dash-Attack einfach so random zu machen, die er nicht hätte riskieren sollen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dieses Mal aussieht. In diesem Game Nummer 4. Vielleicht kann er ja nochmal hier nochmal aufholen. Aber im Moment sieht es besser aus für Splashmatch. Oh, das ist aber schon mal ein guter Start hier mit den drei Punkten. Ja, auf die Range hat, äh, nicht so viel gebracht. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er ja vor, irgendwie, ähm, wenn Splashmatch das Schild und sein Schild zu brechen. Soll das auch sein können. Nur, ich glaube, die Explosion macht viel Schilddamage. Ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt bestudiert, wenn man Kugeln schädet. Viele Kleinigkeiten in Smash, die man, ähm, nur durch Erfahrung lernt. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Chemie-Baukasten. Man muss bei jedem Charakter-Match abgucken, wie sich die Chemikalien mischen. Was so draus wird. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen so. Oh, schöner Early-Kill hier. Er hat auch immer noch den Flügel. Das kann mir vieles bedeuten hier gerade für Plastin. Und schon wieder. Der Schnitzer läuft auf Glück mal. Er deckt immer gerne, ähm, etwas ab mit der Explosion oder mit der B-Attacke. Oh, jetzt ist der Kill auf jeden Fall. Aber meistens wird er rausnehmen. Also, wie sieht's aus. Oh, das sieht aus. Sieht schlecht aus hier gerade für Dustin. Weil er Early gekillt wird zum zweiten Mal und wieder ist das Feuer schuld. Und wieder kommt er ins Feuer. Ja, vor der Attacke muss er aufpassen. Ich hab das Gefühl, dass, äh, wenn er unter Druck gerät, er manchmal so ein bisschen die Ruhe einfach verliert. Ja, genau. Und dann einfach so reinhaut einfach. Also, es ist zu obvious einfach. Ja. Ähm, zu sehen, was da als nächstes passiert. Und, äh, obvious sein ist tödlich im Smash. Ja. Da brauchst du keine Reaktion, kein gar nichts für. Und du weißt, was dich erwartet, dann, äh, kannst du darauf reagieren. Ja, und jetzt sehen wir hier aber den Stockausgleich für, äh, Justin. Von Justin, besser gesagt. Vielleicht kann er ja auch die Prozente hier mit einer gut gewählten Combo ausgleichen. Ja. Shield ist low, aber Prozente auch. Oh, das ist jetzt gerade hier ein wichtiger Moment. Ja, man sieht auch bei Splashmatch, also er hat, er hat auf jeden Fall auch gerade so ein bisschen Panik gekommen, ist Offstage gerannt. Äh, um hier irgendwie diesen, ähm, dunklen Bellen da. Oh. Ja, wir sehen jetzt hier die Armor wieder von, äh, One Winged Angel. Und mal sehen, wenn der hier als erste Panik kriegt. Und jetzt ist so der Moment, in dem, ähm, oh, schon wieder. Und den hätte er nicht überlebt. Nur wegen der Super Armor. Aber diesen überlebt er auch nicht. Ja. Das ist das Game für Splashmatch, der das Ganze hier 3-1 entscheidet. Ich dachte, ja. Justin also raus als fünfter Platz. Hat auf jeden Fall gut gespielt.